MADE WITH UNITY Und damit herzlich willkommen zu Let's Test Brofist Simulator Ja ich weiß nicht was das für ein Okay ich weiß nicht was das für was man da macht aber ich kann es mir irgendwie schon denken wegen dem Namen ja jetzt ja A, S, D, F und Space Nein Aua So also nein jetzt haben wir nur noch den Daumen nein das wars schon so vielen dank fürs zuschauen und ne so was wo bin ich denn? Kann ich irgendwie Hallo? Okay ja also es geht in dem Spiel darum einfach Brofist zu machen ohne sich die Fischer Fischer Finger wegzubrechen Versuchen wir gleich nochmal Ja 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 Nein Nein Ja das klappt sehr gut Komm los Schneller So Ich warte jetzt mal die ganze Zeit bis es ganz schnell wird Ich tu mal jetzt nur bloß die Knochen weg machen das Und Und Oh das muss schön schmerzhaft sein Ja Mit den Knochen Und das machen die jetzt ganz schnell komm Schneller 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 Oh mein Gott Alter Alter Was the fuck Alter Mach halt noch schneller Alter das muss doch voll weh tun Alter Alter Ich warte jetzt mal so ein paar Sekunden mal schauen wie schnell das geht Oh die Arme klingeln Alter 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 So schnell kann das ist heute Ähm Ähm Ja Alter So mach ich meine Brofist auch alter Ähm Okay Mal schauen ob es noch schneller geht Alter Ich Okay Das finde ich sehr cool auf jeden Fall Alter ich schwöre es geht noch schneller Alter Okay ich glaub das ist die maximale äh äh Geschwindigkeit Ne es wird noch schneller alter 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 Ich schwöre die 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 tun sich über die Sounds tun sich langsam über äh über 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 Dingen Ich weiß nicht wie wir das nennt Alter Jetzt sieht das aus als würden die gar nichts mehr machen Alter Alter Das ging doch mal besser Até ja ich glaube schneller geht es ok ok das machen wir jetzt den ganzen Tag nein das war es jetzt habe ich bin ich aus dem spiel aus gerne ich will jetzt mal testen wenn wir die finger zusammenhalten ob wir dann am ende wenn es so richtig schnell ist die einfach raus machen können und die krassesten tricks machen können dann haben wir einen pack gefunden ich mache jetzt noch nichts kaum steller nach ja die profis sind echt spannend vorgeil ich bin schon fast fertig mit dem spiel und das spiel gerade die gerade mal fünf minuten ja schlag ich halte wie die da drauf hauen das muss doch extrem wir tun wahrscheinlich wird es gerade vorspulen mal schaun bam 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 halte komm schneller das ist doch langweilig schneller ja jetzt geht es ab jetzt geht es ab jetzt geht es ab balzimmer am ende ja balzimmer am ende gleich so jetzt überlappen sich die sounds das heisst wir sind schon sehr soziaten wie motocross wir warten kurz noch ein paar sekunden ich hieb mal den Daumen ab ok klaas So, das waren wir, ich mache jetzt noch ein paar Sekunden. Okay, ja, wie komme ich jetzt hier eigentlich raus? Hallo? Ich will dann nochmal eine Escape drücken. Hallo? Ja, 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 ja. Ja, das war sehr gut, ihr seht jetzt Black Screen und ich bedanke mich fürs Zuschauen, das ging jetzt gerade mal 10 Minuten, das ist echt krass, Junge. Ey, boah, das beste Spiel der Welt, das kann ich extrem empfehlen, das kommt auf jeden Fall in die Let's Trash Reihe. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Let's Play. Tschüss!